Willkommen in der Massifunde Changemaker Academy, in der Jugendliche aus Walmart Township zu Changemakers werden. Das ist unsere Malmaito Cafeteria. Ab nächstem Jahr bieten wir hier gesundes Essen für die Schüler unserer Programme an und zusätzlich auch für die Bewohner des Walmart Townships. Darüber hinaus dient dieser Raum auch als ein sicherer Treffpunkt für die Jugend des Townships. Das ist unser Computerraum. Wir haben hier insgesamt 37 Rechner stehen und bieten grundlegende und weiterführende IT-Kurse für die Jugend von Walmart an. Die Jugendlichen in Walmart und die Jugendlichen in Walmart an. Es ist so special, dass es einige Leute aus dem, die uns interessieren, 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 in Walmart an. Das ist unser Kunstraum. Hier findet täglicher Kunstunterricht statt. Zum einen für die Schüler der Massifunde Programme und zum anderen für Kinder der örtlichen Grundschule. Das macht mich an, dass die Jugendliche ausmacht, die uns interessieren, die uns interessieren, die uns interessieren, die uns interessieren. Das macht mich an, dass die Jugendliche ausmacht, die uns interessieren, die uns interessieren, die uns interessieren. Jetzt befinden wir uns in der La Velilanga Montessori Pre-School und ab nächstem Jahr werden diesen Kindergarten 30 Kinder besuchen. Das Besondere daran ist, dass der nach dem Montessori-Konzept konzipiert ist, dieser Kindergarten, und dass der erste und einzige in Walmart an. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Jetzt sind wir in unserem Multifunktionsraum angekommen. Der bietet Räumlichkeiten für diverse Massifundeprogramme, zum Beispiel Nachhilfe oder unsere Learn for Life Life Skills Trainings und vieles mehr. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Wir haben Menschen, die sich kapasitiert, empfohlen mit Lebenskampen, mit Lebenskampen und Bildung. Die Menschen können überprüfen und überprüfen und überprüfen dieses Zentrum und den Programme, die wir machen. Es überprüfen die Barriere und die Boundaries. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das ist unser großer Saal, in dem finden verschiedene Proben und Vorführungen statt, von Theater über Chor bis hin zu Preisverleihungen und vielen verschiedenen Massifund-Events. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Wir können alle stolz auf das Ergebnis unserer Projekte sein. Aber in Wahrheit, Geld allein nicht ermöglicht Erfolg. Es braucht Menschen, um sicherzustellen, dass das Geld in gute Use ist. Menschen, wie Sie hier alle hier, interessiert, engagiert und motiviert, um neue Wände zu neuen Horizonten zu gehen. Kommen Sie uns zu besuchen und kriegen Sie ein lebendiges Gefühl von dem, was wir hier machen. ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020